Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Böse Nachbarn, das Schweinchen Dick ist unsere nächste Folge. Okay, wir brauchen sieben Streiche, alles klar. Der Nachbar hat sich ein ungewöhnliches Haustier zugelegt. Ein kleines Schweinchen. Er hält es in einem Käfig im Vorzimmer und mästet es eifrig. Doch auch sein Papagei Chili ist hungrig und wird mit Keksen vollgestopft. Nach all den Anstrengungen meint er, sich ein Schläfchen reglich verdient zu haben. Wäre da nicht Woody, der den Tagesablauf des Nachbarn aus durcheinander bringt. Alles klar, Leute. Easy. Das wird easy. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Okay, die Stecknadel, die müssen schätzungsweise ins Bett. Okay. Den Chemie-Baukasten. Bananenschale. Okay, er holt sich jetzt die Flasche. Okay, verdammt. Können wir den Kaktus mitnehmen? Können wir, okay. Okay, 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 okay. Kann ich jetzt mit dem Schlüssel, kann ich jetzt zu Chili unten? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Streich. Warte mal. Eins, zwei, drei. Bananenschale vier. Nitroglycerin fünf. Kaktus sechs. Und die Dinger sieben. Chili da rein. Das funktioniert nur, wenn er Dings... Okay. Äh. Ein Kaktus schon mal? Das kann ich schon mal machen. Nitroglycerin unten rein, Chili hier oben. Kann ich mich nicht unter das Bett legen? What? Okay. Wir müssen gleich Chili da oben reinpacken. Warte mal. Das war sein Po. Ich dürfte ja genug Zeit haben. Dann haut er auf den Wecker. Ja, kann ich. Okay. Zack. Wie er Feuer gespuckt hat, ey. Ich muss mir angewöhnen, auf dem Dings drauf zu bleiben, auf dem Nachbarn. Das werden natürlich wenn die Streiche passieren. Okay. Ich glaube, ich muss mit dem Schwein anfangen, weil das hier gerade zu lange dauert. Ja. Ja, ja. So, Schwein. Da macht er nämlich... Das? Okay. Es gibt nämlich wie viel? 15 wahrscheinlich oder so, ne? Ja, okay. Alles klar. Ja. Versuchen wir es. Versuchen wir es nochmal. Erstmal alle Sachen sammeln und... Ähm. Ja. Erstmal alle Sachen sammeln. Und dann mit dem Schwein anfangen. Mit dem Schwein anfangen. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, die wir haben. Können wir die schon mal da rein. Das schon mal holen. Vereilen. Ne, Nitroglycerin. So. Runter. Käfig öffnen. Und das dorthin legen. Oh, ich glaube, da rutscht er gleich nicht drauf aus, oder? Oh, das rutscht er gleich nicht drauf aus, oder? Ja, doch. Könnte klappen. Was? Oh, Mann. Die Banane liegt da falsch. Okay. Er empfiehlt dir wirklich nur dieser eine Bonus. Tatsächlich. Okay. Gut. Dann weiß ich Bescheid. So. Chilikekse in die Keksdose. Nitroglycerin in die Milchflasche. Schweineschlüssel, beziehungsweise Schwein, halt freilassen. Warten. Bananenschale hier auf den Boden, oben im Schlafzimmer. Kaktus auf den Wecker. Und erster Streich. Sehr geil. Dann die Reißnägel ins Bett. Bump. Nachbar explodiert. Und warten. So. Streich Nummer drei. Vorher Kekse. Okay. Jetzt rutscht er auf der Bananenschale aus. Schwupp. Bump. Gib drei Bonusprozent. Sehr geil. Und nächster Streich. Sehr geil. Jetzt brauchen wir noch 31 Prozent, Leute. Und die kriegen wir durch die restlichen beiden Streiche. Schön. Herrlich, Leute. Schön. Also, noch nicht, aber gleich. Jetzt. Zack. 13 Prozent. Zack. Plus der Bonus. 100 Prozent die Episode, Leute. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nice. Hat auch nur ein paar Versuche gebraucht. Dip, 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 dip. Spitze.